Auf gut Deutsch gesagt würde man sagen, Sie haben sich das Genick gebrochen. Das können Sie sich so vorstellen, der zweite Wirbelkörper ist wie so ein Zapfen und der oberste Wirbelkörper, der ist wie so ein Ring außenrum. Und Sie haben sich da den Ring gebrochen. Bruch der Halswirbelsäule, das gibt es in einfacherer Form und es gibt schwere Verletzungen, es gibt auch Verletzungen, die zum Querschnitt führen können. Wir machen noch eine Untersuchung von der Halswirbelsäule. Wir haben dann noch mal eine CT-Bildgebung gemacht, um die Blutgefäße noch darzustellen, das ist recht wichtig. Der Atlas ist dafür verantwortlich, dass man den Kopf drehen kann. Und der hat hier hinten einen Bruch, hier einen Bruch und hier vorne einen Bruch. Das ist schon eine aufwendige Operation, das muss man einfach wissen. In dem Bereich laufen Gefäße, die das Hirn versorgen. Wenn man die verletzt, kommt es zu einem Schlaganfall. Ja, da kann man auch versterben da dran. Das muss man Ihnen auch so sagen. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber ich will ehrlich zu Ihnen sein. An diesem Tag war unser Hubschrauber-Team mit Dieter als Pilot und Philipp als Hems-TC aufgestellt. Wir wurden zu einem Einsatz in einem Industriegelände gerufen. Dort war angekündigt ein Patient mit einer Hand- oder Fingerverletzung. Diese Einsatzmeldungen sind bei uns relativ häufig für den Hubschrauber, insbesondere weil die Handchirurgie bei uns in der Klinik eine der größeren Abteilungen in Süddeutschland ist und wir oftmals mit schweren Hand- oder Fingerverletzungen bis zu Amputationen konfrontiert sind. So, 30 Minuten. So, Heidelberg. Da müssen wir noch... RTW, NF, sind vor Ort. Dann können wir mal Ausschau halten. Okay, hier. Ehrlich, Bäh. Hier auf dem Dach sind so ein paar Antennen, aber die sind alle nicht so hoch. Ja, ich bin ehrlich und Lending. Ja, sehr von Graut, der kann du was haben. Ja, danke. Wie geht's Ihnen? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 0 kein Schmerz ist und 10 ist das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können. Das sind wir vielleicht inzwischen bei einer 1 bis 2 oder so. 1 bis 2 kann man gut aushalten. Ich denke schon. Okay. Können Sie mir zeigen, wo das ungefähr ist? Ich habe nur gesehen, dass es halt ins Fleisch geht. Ging schon so, ich weiß nicht, in einem Drittel, halben Zentimeter. Also ich schätze mal so Knochentief. Okay. Und so eine gute Hälfte vom Umfang. Okay. Wo ist das Taubheitsgefühl aktuell? In der ganzen Region, die Tiefe bis zum Nagen. Ja, auf der Innenseite und hier auch auf der Außenseite vom Daumen. Ja, ja, ich spüre es nur immer so pelzig halt. Ich spüre es ja eigentlich nur indirekt. Versuchen Sie mal die Hand zu schließen, wie eine Faust zu schließen. Das geht hier nicht. Okay. So kann ich... Nö, 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 nö. Lass zu. Das ist schön. Pulse ist kräftig. Jawohl. Die Durchblutung ist auch erhalten. Jeder der Finger und der Daumen hat zwei Gefäßversorgungen. Das heißt, selbst wenn Sie sich eine kaputt gemacht haben, sollte das noch gut durchblutet sein. Was man bei frischen Verletzungen an der Hand oder an den Fingern niemals sicher wissen kann, ist, inwiefern Blutgefäße oder Nerven beteiligt oder beschädigt sind. Das sind zum Teil eben zeitkritische Verletzungen, die dann auch einer raschen operativen Versorgung bedürfen. Wir würden empfehlen, in die Unfallklinik nach Ludwigshafen zu fliegen. Da ist die nächste Handchirurgie. Ja. Und die Kollegen haben auch den Anspruch, es zu reparieren. Okay. Wenn Sie denselben Anspruch haben. Ich habe denselben Anspruch. Sind Sie schon mal Hubschrauber geflogen? Nö, aber mache ich gerne mit. Einmal ist immer das erste Mal, ne? Frische, komplexe Handverletzungen erfordern die zeitnahe Versorgung durch ein handchirurgisches Team. Eins, zwei, auf. Diese speziellen Fachbereiche sind nicht mehr an jeder Klinik verfügbar, sodass häufig eben die Notwendigkeit entsteht, über weitere Strecken zu transportieren. Kopf aufpassen, ziehen. Nicht ein anderes Tunnel, Alter. Wenn irgendwas ist, einfach mit den Fingern mal wedeln. Wenn das Ding dann läuft, dann hat man gar nichts. Ja, ja, ich sitze hinten dran. Was hat er angestellt? Wenn es Patienten so gut geht, dass sie bei uns im Hubschrauber liegen, selbst noch Fotos oder Videos aufnehmen, dann wissen wir als Notärztinnen und Notärzte auch, dass es den Patienten gut geht. Insofern ist das ja auch ein positives Zeichen. Wir befinden uns in der BG-Klinik Ludwigshafen, ein überregionales Traumazentrum. Sie sind jetzt in Ludwigshafen in der Unfallklinik. Wir behandeln nahezu das gesamte Spektrum an orthopädisch-unfallchirurgischen Patienten. Wir verstehen uns in der Notaufnahme als ein interprofessionelles Team. Dieses Team funktioniert nur gut, wenn alle Berufsgruppen zusammenarbeiten. Letztendlich ist es wie so ein Uhrwerk und jeder Einzelne ist auch nur ein Zahnrad und nur so funktioniert das ganze Zusammenspiel in der Notaufnahme. Auch im OP, auch wenn man der beste Operateur ist, ohne Team kann man nicht operieren. Mein Name ist Sven Vetter. Ich bin Geschäftsfinder-Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie an der BG-Klinik in Ludwigshafen. Ich leite seit mehreren Jahren das Zentrum für Wirbelsäulenschirurgie. Das Problem ist tatsächlich, ihn in eine vernünftige Bauchladung zu bringen, weil einfach alle Weichteile so schwer drücken ziehen, dass wir, wenn wir ihn in die richtige Lagerung bringen möchten, dass wir ihn gar nicht richtig stabil bekommen. Ja, so gut das Essen schmeckt, desto schwieriger wird es für den Chirurg. Die Lagerung führt dazu, dass schon die Bruchstücke an der richtigen Stelle sind sozusagen. Und deshalb nehmen wir uns da auch ausreichend Zeit für, kontrollieren das auch röntgenologisch und erst dann beginnen wir mit der operativen Versorgung. Der erste Halswirbelkörper ist betroffen. Der liegt genau hier drunter. Der ist genau hier drunter, etwa in der Höhe. Das heißt, wir müssen so viel erstmal wegpreparieren. Das ist eine ganz schöne Strecke. Wenn man Schrauben platzieren will, Implantate platzieren will aus Titan, ist das eine der delikatesten Entwicklungen in unserem Körper. Die hochkomplexen Eingriffe, da ist die Anspannung schon direkt da. Das kann auch schon am Tag vorher mal sein. Aber schlussendlich gehört das einfach dazu, meines Erachtens. Und deswegen, also ich schlaf nicht schlechter. Deswegen. Wir haben jetzt eine Referenzbasis Patienten befestigt, die uns nachher, wenn wir eine Navigation befüllen, das uns genau sagt, quasi die Anatomie mit dem Bild, quasi koroniert, sodass wir dann genau wissen, wo wir sind. Achtung, wenn es jung ist. Wir akquirieren jetzt einen 3D-Datensatz, einen Bild-Bonymen-Datensatz. Dann können wir quasi ohne alle Punkte der Anatomie selbst freilegen zu müssen, können wir dann tatsächlich dann auch schon Schrauben platzieren. Ich hoffe, dass wir zurechtkommen damit. Ich hoffe, dass wir jetzt noch eine Bemerkung haben. Wir noch mal an der Maschine nutzen. Ja. 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 Wir müssen quasi die Schraube an einer Position anbringen, die wir nicht wirklich gut einsehen können. Deshalb haben wir jetzt Drähte, wir haben vorher einen Kanal gebohrt, diese Drähte liegen jetzt in dem Kanal und jetzt werden die Schrauben über die Drähte quasi eingebracht. Also die Schraubenlänge und auch die Schraubendicke passen über den Patienten an. Es gibt natürlich Standardgrößen, selbstverständlich, aber nicht jeder Patient ist gleich, deswegen können Sie mit dem Monifor ein bisschen zu Recaps, bitte. Also prinzipiell ist es so, dass die Schraubenplatzierung da extrem wichtig ist, dass die Schrauben korrekt platziert sind. Es ist so, dass wir einen Korridor haben, der maximal auf jeder Seite noch ein Millimeter zusätzlich Platz hat zu unserer Schraube. Also das bedeutet, wir können die Schraube vielleicht einen Millimeter weiter nach rechts und nach links setzen, aber mehr auch nicht. Durchbrechen wir diesen Korridor und platzieren die Schraube an einer anderen Stelle, laufen wir eine sehr große Gefahr tatsächlich eine Gefäßverletzung zu riskieren oder eine Schädigung des Rückenmarkes. Das eine, das kann zu einer starken Blutung führen oder auch zu einem Schlaganfall, also einer Minderdurchblutung vom Gehirn. Das andere kann zu einer Querschnittslähmung führen, die gegebenenfalls irreversibel ist. Also das sind, das sind dramatische Konsequenzen, die sowas haben kann, eine Schraubenfehllage. Wir haben jetzt die Schrauben platziert, wir haben den Bruch sogar schön noch zusammenziehen können. Wenn wir so eine Operation haben, freuen wir uns natürlich immer, wenn alles gut gegangen ist. Der Patient hatte nahezu keinen Blutverlust. Operationszeit in Ordnung. Ich glaube, der Patient profitiert sehr von dem Eingliff. Schönen guten Tag, Herr Jansson. Hallo. Wie geht's Ihnen? Solala. Solala. Haben Sie noch Schmerzen? Er bedient ganz kleine Schmerzen, aber im Großen kann sie toll verlaufen. Sie spüren alles an den Händen? Ja. Machen Sie mal eine Faust auf beiden Seiten? Ja, das ist doch sehr gut. Also von der Operation her, das ist erfreulich verlaufen, also wir konnten genau das machen, wie wir es vorgehabt haben. Wir mussten noch nicht mal eine Versteifung durchführen, also das ist wirklich sehr positiv. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Wir sehen uns morgen zur Visite. Okay, gut. Danke. So, Philipp, das war's hier mit dem kurzen Rundflug. Und jetzt geht's raus. Kopf liegen lassen, bitte. Ja, danke. Damit wir hier nirgendwo drankrachen. Jetzt gehen wir in die Notaufnahme rein. Dort wird das Team Sie empfangen. Was genau machen Sie mit weißem Hemd an scharfkantigen Rohren? Gute Frage. Ich bin ja hier der betreuende Ingenieur. Ah, okay. Manchmal legt man selber Hand an und dann, wie gesagt, der Kollege hat ein Rollo ausgeschraubt und ich sehe, wie das dem auf den Kopf fällt und will es fangen. Und ich hab's auch gefangen. Und den Kopf haben wir nicht getroffen. Den Kopf haben wir nicht getroffen. Da haben wir ja Glück. So. Herr Bauer, der betreuende Kollege heißt mit Vornamen so wie Sie. Also insofern sollten Sie gut zueinander finden. Das ist Schwester Stefanie. Mein Name ist Stefanie Unkel. Ich arbeite in der BG-Klinik in der Notaufnahme als Gesundheits- und Krankenpflegerin und studiere nebenbei noch Medizin im siebten Semester. Wir machen es jetzt ein bisschen sauber und gucken es uns einmal an. In der Notaufnahme ist für mich das Spannende, dass jeder Patient anders ist, jeder andere Verletzungen hat, man Schwerverletzte hat, aber auch Bagatellverletzungen, kleine Schnittverletzungen und es ist einfach eine ganze Bandbreite, die man da abdecken muss. Es ist ohne Alkohol das Desinfektionsmittel, also es sollte nicht brennen. Ab dem Gelenk, ab dem zweiten Gelenk, das kann ich nicht aktiv knicken. Also ich traue es mich zu nehmen. Ich weiß, glaub nicht, dass es geht. Und ab da fängt es an zu kribbeln. Gut. Also die Durchblutung ist gut. Mein Name ist Philipp Reisch. Ich bin Assistenzarzt hier an der BG-Klinik in den Fächern Unfallchirurgie und Orthopädie. Jetzt versuchen Sie nochmal den Daumen zu beugen. Ja, hier im Endglied. Das geht nicht, gell? Okay. Okay. Das spricht schon dafür, dass da die Sehne durchgeschnitten ist. Kann schon sein. Der Daumen ist ja ein sehr, sehr wichtiger Finger, weil der für verschiedene Funktionen der Hand unerlässlich ist. Man denke nur an das Greifen. Das geht ohne Daumen nicht effektiv. Und deswegen ist der Verlust des Daumens als Einzelfinger eigentlich der ungünstigste Fingerverlust, den man sich vorstellen kann. Ich mache Ihnen das jetzt einmal so ein bisschen zu. Ja. Dass Sie es sich auch nicht die ganze Zeit angucken müssen. Sind Sie links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Er ist halt jetzt taub und bewegen kann ich ihn nicht. Oder nicht gut. Und jetzt muss man schauen, was wirklich kaputt ist. Ich habe natürlich sofort gedacht, oh Mann, ich brauche meine Hand noch. Und ja, passiert. Wir haben uns dann für das Röntgenbild aus zwei wesentlichen Gründen noch entschieden. Einmal, um zu schauen, ob der Knochen vielleicht eine Verletzung davongetragen hat. Oder ob in den Gelenken ein auffälliger Stellungsbefund besteht. Und auf der anderen Seite, es war ein Rohr aus Metall. Theoretisch könnten ja röntgendichte Fremdkörper irgendwo im Gewebe noch sein. Auch das hätten wir im Röntgen gesehen. Also, am Knochen ist nichts. Aber es hat ja den Anschein, dass die Beugesehne durch ist. Und dass die Nerven hier wahrscheinlich auch Schaden abbekommen haben. Vielleicht auch durchtrennt sind. Die Durchblutung scheint sehr gut zu sein. Was dagegen spricht, dass die Blutgefäße ein größeres Problem haben. Aber letztlich muss man es sich im OP anschauen. Gucken, was kaputt ist. Und das, was kaputt ist, muss man wieder zusammennähen. Die Sehnen konnten stabil genäht werden. Die Nerven wurden ebenfalls genäht. Die Nerven brauchen immer viel Zeit, um dann wieder auszusprossen. Und da muss man im Verlauf der Zeit sehen, wie gut sich die Sensibilität dort regeneriert. Da braucht man viel Geduld. Jetzt geht's nach Hause. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen an die Umstände gewöhnt. Und jetzt, genau, bin ich froh, dass ich meine Lieben wieder habe. Und dann fahren wir nach Hause. Dann schauen wir mal, es gibt ja genug Programm jetzt zum Abarbeiten. Wir haben ja noch zwei Hunde. Und das dann alles alleine zu handeln ist schon, ja, ein bisschen mehr Arbeit. Aber kriegen wir hin. Also ich wünsche dem Herrn Bauer und seinem Finger natürlich alles Gute, dass er wieder ganz fit wird, dass er auch an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Weil offensichtlich ist er dort ein Kollege, der sich für die anderen einsetzt und in die Bresche springt. Hallo. Wie kann ich euch weiter? Wir sind angemeldet über die Handschirurgie, Arbeitsunfall. Was ist denn passiert? So ganz kurz? Er ist mit dem rechten Arm in eine Maschine reingekommen, war eingeklemmt, so drei, vier Minuten. Er hat sich dann selber befreien können, mit dem Hüppelbohr angesetzt dort. Und so hat er halt kein Torwartgefühl, ein richtiges Gefühl mehr drin. Es war ein sehr schmerzhaftes Gefühl und ich dachte, dass ich sogar meine Hand verliere. So, da Sie ein bisschen was bekommen haben an Medikamenten, machen wir nochmal so eine Überwachung dran. Das misst den Blutdruck und Sauerstoff, Sättigung und den Puls. Jetzt den Arm einmal ausstrecken bitte. Dankeschön. Dadurch, dass die Patienten ja die Schmerzmedikamente bekommen haben, kann das halt auch dazu führen, dass der Atemantrieb weniger ist. Und um dem vorzubeugen, schließen wir die einmal an den Monitor an. Geht's von den Schmerzen? Oder tut's ziemlich weh? Das tut schon ziemlich weh. Das glaube ich. Aber ist es gerade aushaltbar? Ja, ist schon aushaltbar. Okay. So, Verzeihung. Jetzt. Der Kollege hat mir schon so ein bisschen berichtet. Sie haben die Hand in eine Walze bekommen. Ja, also das war von der Maschine die Tür. Ich bin halt in die Maschine gegangen, um etwas zu säubern. Ja. Dabei habe ich gemerkt, dass die Tür da zugehend ist. Wollte mit der Hand die Tür aufhalten. Mhm. Ich habe nicht mitgebracht, dass die so eine Wucht hat, dass meine Hand stecken bleibt. Dann waren meine Hand einige Minuten drin. In der schweren Tür quasi. Und die Tür war zu. Ich konnte sie auch nicht zu, äh, zu rausziehen meine Hand. Die Tür war zu und ich war in der Maschine drin. Am Anfang hat sich die Hand so angefühlt, als würde die Tür immer weiter zugehen. Und die Hand würde langsam abgetrennt werden. Ja. Dann habe ich mir irgendwie mit Achtenkracht eine Metallstange auf den Boden geschnappt. Und habe dann meine Hand freigehebelt halt. Ähm, wie viel Gewicht hatte die Tür ungefähr, was schätzen Sie? Boah, viel, was für Gewicht die hat. Das ist doch sehr schwer. Also es war so schwer, dass Sie es mit der anderen Hand nicht aufdrücken konnten quasi ohne diesen Hebel. Nee, also ohne den Hebel-Effekt hätte es auch gar nicht funktioniert. Weil ich habe davor mit der einen Hand versucht zu ziehen, dass es gar nicht funktioniert. Da habe ich eine Metallstange zwischen zwei Schnitzern der Tür durchgesteckt und die dann in einem Körpergewicht aufgehebelt. Also mein erster Eindruck von Herrn Ehring-Wühl war, dass er insgesamt sehr gefasst war für die Situation. Aber es hat sich schon angedeutet, dass die Hand und der Unterarm deutlich geschwollen war. So, dass ich dann meinen Oberarzt den Doktor Hundesagen dazu geholt habe, um sich eben auch ein Bild von der Situation zu verschaffen. Zeigen Sie mal, was Sie können. Mhm, ganz aufmachen. Wie fühlen sich die Finger an? Krimmelig. Krimmelig. Außer der kleinen Finger fühlen sich alle sehr krimmelig an, wenn man Berührungen macht. Also da und da fühlt sich auch, ja, da fühlt sich alles sehr krimmelig. Wo war es eingeklemmt? Hier eher? Da, da und da. Es war quasi so ein bisschen... Das war auch das Problem an der Tür. Die hatte zwei, drei verschiedene Tiefpunkte, ja. Herr Ehringühl ist ein Handwerker und genau wie unser Handwerk auch, braucht er seine Hände. Und so eine schwere Quetschverletzung kann tatsächlich Komplikationen nach sich ziehen, die unter Umständen dazu führen, dass solche Patienten nie wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen. Das heißt, insofern können wir das gut nachvollziehen und wissen, dass da Eile geboten ist. Sie müssen jetzt mal genau sagen, wenn Sie es mit der anderen Hand vergleichen. Hier ist das Gefühl normal. Und wie ist es hier? Es ist kribbelnd, es ist kribbelnd. Es ist taub oder? Es ist für mich taub, ja. Es ist für mich immer noch taub. Also mittlerweile auch der Ringfinger hier vorne, hier hinten nicht so und der Teil von meiner Hand hier dann nicht so. Aber bei der Hand innenfläche, hier, hier, alles taub. Alles klar. Gut, das ist schon relativ klassisch. Also der Nerv, der hier durchzieht durch den Karpaltunnel, das ist der Mittelnerv, der versorgt genau diese drei Finger hier, wo diese gerade sagen, dass die kribbeln. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass das System da gerade ein bisschen zu eng wird. Kribbeln spricht meistens dafür, dass ein Nerv gequetscht wurde, kann aber auch dafür sprechen, dass ein Nerv vollständig durchtrennt wurde. Also wir machen jetzt erstmal ein Röntgenbild, alles nach der Reihe nach, gucken, ob noch irgendwelche Knochenbrüche vorhanden sind, okay? Und dann sprechen wir nochmal in Ruhe und dann würden wir das aber heute wahrscheinlich noch machen. Ja? Gut. Alles klar. Dann mache ich drüben den Auftrag rein und dann könnt ihr eigentlich gleich ins Röntgen fahren. Ja? Ehring Will, wir sehen uns dann danach nochmal, okay? Ja. 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 Mein Name ist Lydia Flaucher. Ich bin die Oma von der Ilaria. Ich war zu Hause und dann ist der Anruf gekommen von meiner Tochter, die konnte im Kaffee nicht weg und Mutti, fahr schnell in die Schule. Ilaria, ist was passiert. Es war einfach furchtbar. Ich bin dann in die Schule und habe sie ja da liegen sehen auf dem Boden. Dann haben wir halt gedacht, hoffentlich ist nichts an der Wirbelsäule. So, Ilaria. Wir drehen dich jetzt auf die Seite. Du bleibst einfach ganz steif und dann drück dich mal auf den Rücken und du sagst mir, ob es da weh tut. Okay? Nimm es am besten so die Hände schon so ein bisschen überkreuzen. Wenn Kinder auf den Rücken fallen, muss man immer ernst nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt Verletzungen haben bei niedriger Höhe, wenn sie vom Stuhl fallen, ist gering, aber nicht ausgeschlossen. Tut hier was weh? Hier? Okay, und tiefer? Hier auch? Hauptsächlich hier? Hier ist der Schmerz. Okay, gut. Jetzt kommt ein Brett unter dich. Du machst am besten wieder nichts. Sie ist eigentlich kein Schussel, aber sie ist sehr waghalsig, sag ich jetzt mal. Die probiert gern vieles aus und dann passiert es. Zieh mal die Großzehen zur Nase hoch. Hier auch feste. Okay, gut. Mal so halten. Und ablegen. Feste runter. Feste runterdrücken. Okay. Das Taubheitsgefühl am Fuß, ist es immer noch da oder? Ist vollständig weg. Okay. Und mit den Zähnen? Bewegt mal die Zähnen. Ganz normal. Okay. Bei Verletzung der Wirbelsäule wird bei unserem Haus die Wirbelsäulenschirurgie noch zusätzlich informiert. Genau. Wie ist denn der Schmerz? Hast du das Gefühl, das ist arg oder ist es schon deutlich besser geworden? Ein bisschen besser geworden. Schon ein bisschen besser? Es tut immer noch weh. Bist du auf den Kopf befallen oder? Ich bin vom Stuhl runtergefallen. Direkt auf dem Rücken. Und dann mit dem Kopf auch noch auf dem Schweinchen. So ist es mit dem Kippeln. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist da gar nichts Schlimmes. Okay? Ich bin auch oft vom Stuhl gefallen. Ich bin aber auch viel gekippelt. So ist es nicht. Das ist ein Klassiker in der Schule. Ich glaube, hat jeder, der ein paar Jahre in der Schule war, auch gemacht. Also macht dir keinen Kopf? Also Übelkeit oder irgendwas, weil dir auf dem Kopf ein bisschen schwindet? Endlich, okay. Jetzt gucken wir mal, wie es denn da ist, wenn ein Ohr da ist. Okay? Du magst. Es gibt noch eine Tetanusimpfung. Nee, wir gehen nicht an den Arm. Der ist verletzt. Wir nehmen den anderen. Das Ding ist aber das Dumme. Das kriegen wir alles hin. Armrenz locker lassen. Okay. Ganz locker. Kindersprupze. Ich mag aber kein Spritzen. Ich bin ganz zärtlich. Einfach wegschauen. Locker lassen. Je entspannter Sie sind, umso besser für Sie. Haben Sie was gemerkt? Sie haben gar nichts drin gewesen. Hm? Sie waren auch gar nicht drin. Ich bin schon fertig. Nee. Wirklich? Klaus. Ich habe schon eine generelle Angst vor Spritzen. Also von meiner Kindheit auf eine sehr große Angst vor Spritzen. Hatte sie eigentlich immer noch. Ich würde sogar sagen, bis zu diesem Moment. Diese Spritze, die war gar nichts. Und ja, seitdem nicht mehr, keine Angst mehr vor Spritzen. Ich würde sagen, dass Sie das nicht mehr machen können, ja. Hand ausstrecken, bitte. Finger steif machen. Etwas nach hinten rein. Wir haben uns die Röntgenbilder angeguckt. Sieht gut aus. Kein Knochen gebrochen. Genau. Das heißt, was wir aber trotzdem machen müssen, ist eine Operation. Ja, das haben Sie ja gesagt. Genau. Und bei dieser Operation, was wir da machen werden, ist ein Schnitt, der geht so. Okay. Und da werden wir hier den Nerv, der hier direkt drunter läuft, einmal freilegen, sodass der wieder ein bisschen Platz zum Atmen hat. Wenn wir das nicht machen, dann schwillen die Muskeln an, drücken auf die Nerven, die normalerweise die Finger versorgen, und da gehen die Nerven kaputt. Und indem man dem ein bisschen Platz zum Atmen gibt, kann man das vermeiden. Okay. Ich bin voll Narkose, weggetreten oder? Sie kriegen einen Pieks hier in den Oberarm, bleiben wach dabei, wenn Sie möchten. Ich würde gerne schlafen, ne. Ja? Okay. Also auch wenn Sie sagen, dass es Taube spürst, aber ich würde da gerne... Sprechen Sie nochmal mit dem Narkosearzt, der wird auch nochmal mit Ihnen sprechen. Für die Vollnarkose habe ich mich entschieden, da ich nicht so konform damit bin, zu sehen, wie an mir etwas gemacht wird. Sie sind die Oma? Okay, es geht ja soweit gut. Ja, ist halt auf den Rücken gefallen jetzt, hat jetzt, so wie es aussieht, erstmal keine größeren Verletzungen. Ilaria ist halt der einzige Enkel, und wir machen alles für die Ilaria. Geht der Opa später mit? Ja. Nein, dann ist es vergangen, das müssen wir verschieben. Gehen wir nicht, Kinder, da können wir jetzt nicht rumlaufen, du sollst dich ja nicht so mit, musst aufpassen, Illi. Aber du kannst ja immer sagen, was du willst, du kannst mir was du essen holen. Schon eh und je, wenn die Mama mit ihr mal schimpft, oder der Papa, und dann kommt sie dann und ich gehe jetzt zu der Oma, und sie darf auch mit allem zu uns kommen, oder zu mir. Und wir stehen auch immer hinter ihr, egal was es ist. Salatgut. Und was dazu? Äh, Krokete. Krokete, alle? Alle. Schon gut, dass die Oma hier ist, weil die Mama kann ja nicht, aber wenn die Oma an meiner Seite ist, fühle ich mich immer sicher. So, junge Dame. Und wie geht's? Schmerzen noch? Ein kleines bisschen. Müsse ich mal hinsetzen, die Beine mal da runter hängen lassen. Gerade da drüben runter hängen. So, jetzt gucken wir noch mal. Tut's hier oben noch weh? Okay. Und wenn ich hier klopf? Hier. Bisschen oder ganz doll? Bisschen. Es war eine schwere Wirbelsäulenverletzung beim Kind angemeldet, und letztendlich hat sich das zum Glück nicht bestätigt. Bist du auch schon aufgestanden? Ja. Und es hat alles gut geklappt? Ja. Möchtest du nach Hause gehen? Möchtest du hierbleiben? Nach Hause. Gut. Hatte gerade so nett was? Lass mal dich heimgehen. Das war Glück im Augenblick, und es ist gut abgegangen. Und ich möchte es halt nicht noch einmal erleben. Hoffentlich nicht. Ich hab bloß gedacht, Gott sei Dank. Sind Sie nervös? Ne. Geht? Ne, eigentlich gar nicht. Wurden Sie schon mal operiert? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht? Okay. Das erste Mal, dass ich wirklich im Krankenhaus mal liegen werde. Das war das erste Mal in meinem Leben. Ich dachte davor, dass ich meine Hand verliere und mich einfach nur gefreut habe, dass mir geholfen wird. Also bei uns ist es so in der Unfallklinik aufgrund der Größe natürlich auch in der Patientenströme, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Ich war jetzt an diesem Tag in der Notaufnahme dafür zuständig, die Erstversorgung des Patienten zu machen. Und die eigentliche Operation übernimmt dann jemand, der gerade im Operationssaal tätig ist. Also was man bei dieser Operation machen muss, ist verschiedene Kompartimente spalten, sowohl auf der Beugeseite als auch auf der Streckseite. Was der Professor Rado gemacht hat, ist, dass er den Karpaltunnel hier gespalten hat. Dann ist er weiter hoch zum Unterarm gegangen, hat hier die Unterarmmuskelfaszie gespalten und ist dann noch streckseitig an die Hand und hat dort quasi die streckseitigen Handkompartimente gespalten. Da geht es nicht so sehr. Also wenn wir beim Herr Ehringühl diese Operation nicht so zeitnah vorgenommen hätten, dann kann es durchaus sein, dass der Nerv irreversibel geschädigt wird. Weil letztlich die Durchblutung unterbunden wird, die Nervenfasern gehen zugrunde und im schlimmsten Fall kann sich daraus ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln. Der Patient kommt heute auf Station, wird jetzt die nächsten 24 Stunden noch überwacht, dass die Durchblutung der Hand, aber auch das Gefühl der Hand weiterhin gut ist. Und ab morgen wird der Physiotherapie erotherapeutisch geübt. Es geht mir definitiv besser als zu dem Tag, wo ich hier eingeliefert wurde. Ich habe noch relativ Probleme mit der Hand einiges zu bewegen, aber ansonsten geht es mir sehr gut eigentlich. Und ich hoffe, es wird mir in den Tagen besser gehen. So, hier sind die Unterlagen, die Krankenmeldung. Und der Abschlussbericht wird dann nachgeschickt. Nachgeschickt, okay. Alles klar. Gucken Sie mal rein. Okay, danke für alles. Gerne, alles Gute. Dankeschön. Ciao. Worauf ich mich freue, wenn ich ganz genießen bin. Einfach mal meine rechte Hand ganz normal zu benutzen. Um einfach rauszugehen und meine Hand normal benutzen zu können. Ciao. Ciao. Also es war schon beeindruckend, so viele Nähte an meiner eigenen Hand zu sehen. Und zwar wurde hier, waren die Nähte, wo oben aufgeschnitten wurde an der Hand und hier unten wurde längst aufgeschnitten, um halt das Muskelgewebe und die Nerven zu entlasten. Und da sieht man noch kleine Quetschstellen, wo die Tür dann halt zugequetscht hat. Was ich aus der Sache mitnehme, ist, dass ich schon nochmal vorsichtiger auf der Arbeit in gewissen Situationen sein werde. In der Nuraufnahme weiß man nie, was als nächstes kommt. Und mein nächster Patient war auch ein gutes Beispiel dafür, dass einen immer auch überraschende Fälle treffen können. Ich habe gebastelt, ich habe Heißkleber reingemacht, dann das Rohrschneid abschneiden lassen. Und dann ist das Ding mit dem Heißkleber in mein Auge gespritzt. Hier an die Wimper. Ich bin Felix Klimitz, Assistenzarzt in der Klinik für Handplastische und Rekonstruktive Chirurgie mit Schwerbrandverletztenzentrum hier an der WG Unfallklinik. So, Klimitz mein Name. Du darfst dich einmal hier hinsetzen, die Mama gerne in die Ecke. Hier. Wie heißt du denn? Hi, Louis. Ich bin Felix. Was ist denn passiert? Ich habe Heißkleber ja in den Menschen gemacht, das ist direkt in mein Auge gespritzt. Oh, okay. Kannst du einmal das Auge ganz weit aufmachen. Gut. Und jetzt mal, nimm mal die linke Hand und halte dir einmal das betroffende andere Auge zu. Das andere Seite, die linke Seite. Okay. Wenn du mich jetzt anguckst, da ist ja alles in Ordnung. Ja. Und jetzt einmal das andersrum machen. Sieht das irgendwie anders aus? Siehst du irgendwie verschwommen? Nein, ich sehe nicht verschwommen. Nur da durch. Den Fremdkörper siehst du? Ja. Okay, genau. Ich kann absolut nachempfinden, wie es dem kleinen Louis ging. Ich habe auch als Kind mich teilweise im Gesicht verletzt. Habe sozusagen einen Dorn mal kurz oberhalb des Auges in die Haut gestochen bekommen. Und entsprechend kann ich ja gut nachfühlen, wie aufgeregt das Kind selber und natürlich auch die Eltern in dem Moment sind. Dann gucke ich als erstes mal, ob ich dir dieses Stück Papier da entfernen kann. Ja, oder der getrocknete Kleber, was hier sozusagen am Lid hängt. Dass wir das einmal rausholen. Und dann müsst ihr zu den Augenärzten einmal. Wir als Plastischchirurgen können Verbrennungen gut behandeln. Aber natürlich sind wir keine Experten für Augen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass im Anschluss eine Vorstellung bei den Kollegen der Augenheilkunde erfolgt. So, dann kannst du ein Stück zu der Kante rutschen. Dann kann ich mich nämlich neben dich setzen. Und die Hand einmal am besten so auf den Bauch, dass die mir nicht im Weg ist. Genau. Jetzt musst du einmal beide Augen ganz fest zupressen. So ist perfekt. Ich bin nur an den Wimpern. Und gleich. Aua. So, fertig. Machen wir die Augen auf. Natürlich macht es keinen Spaß, einem Kind die Wimpern abzuschneiden. In dem Fall war es leider unvermeidlich, weil sozusagen das halt mit dem heißen Werwachs verklebt war und ihn ja auch gestört hat. So. Ein kleines bisschen hängt noch am Lid selber. Das würde ich den Kollegen von der Augenheilkunde überlassen. Ja, in dem Fall haben die Wimpern genau das gemacht, wofür sie sie haben. Sie haben entsprechend einen Fremdkörper aufgefangen und so eine Verletzung des Auges selber verhindert. Ich schaue noch einmal. Du hast da so zwei ganz kleine Brandblasen auch abbekommen. Da drücke ich einmal drauf, um zu gucken, wie durchblutet die sind. Hier kommt. Hier kommt auch. Okay. Das würde ich sagen, ist 2a-gradig, also zweitgradig oberflächlich. Und das heißt, dass es von alleine ohne Narbenbildung abheilt. Verbrennungen lassen sich in verschiedene Grade einteilen. Es gibt den erstgradigen Verbrennungen, hat jeder schon mal erlitten, ist der Sonnenbrand. Ab 2a-gradigen Verbrennungen kommt es zu einer Blasenbildung. Und nach Blasenabtragung kann man entsprechend dann sehen, ob es eine 2a- oder eine 2b-gradige Verbrennung ist. Also wenn da irgendwie im Verlauf doch Pigmentveränderungen sein sollten oder eben halt sich doch ein Narbe bilden sollte, dann könnt ihr zu uns natürlich nochmal einen Termin in der Sprechstunde machen. Ja. Das ist besser. Es fühlte sich so komisch an, als das Ding dran war. Das ist nicht mehr, weil es ab ist. So, dann habe ich hier noch ihren Brief. Nach meiner Einschätzung, denke ich, hat er sich an der Hornhaut nichts verletzt. Ob die Kollegen noch ein Stück von diesem Heißkleber da im Oberlid abziehen wollen, das können sie entscheiden. Und für die Verbrennung her, irgendwann wird es von alleine abfallen. Die Wimpern weit genug gewagt. Ganz genau. Die drücken das ja vor. Aber wie kommt es eigentlich, dass die Wimpern irgendwann bis hier steht, weil ich... Hast du mir schon jemals die Wimpern geschnitten? Nee. Aber wie kommt es dann eigentlich, dass die Wimpern nicht mehr bis hier oder hier steht sogar? Das ist ein Wunder der Natur. Evolution hat sich wahrscheinlich nicht bewährt, weil die Leute dann nicht mehr sehen konnten. Ehrlicherweise ist das sicherlich eine spannende Forschungsfrage, die sicherlich gerade Kolleginnen und Kollegen der Augenheilkunde intensiv bearbeiten. Noch irgendwelche Fragen? Nee. Dann alles Gute. Tschüss. Ja, Abschlussfazit. Sehr tapferer Junge. Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Das Auge selber war nicht verletzt. Die Wimpern haben ihre Aufgabe erfüllt. Und Louis geht es heute wieder gut. Ich war Notarzt an dem Tag auf dem NF. Wir wurden alarmiert zu einem Sturz aus großer Höhe. Wir wissen es noch nicht so genau. Ist da jemand vor Ort, ein Rettungswagen, die uns wiederum zur Schmerztherapie nachgefordert haben? Möglicherweise ist es ein Kind. Wir schauen mal. Das ist ein Kind, wie man sich hierher. Wichtig. Die 2010 geborene Patientin ist von der Leiter. Hallo. Siehst du denn die Mutter? Hallo, Großer. Ich kam hierher. Und fünf Minuten später habe ich das Schreien gehört. Dann bin ich hochgerannt und dann lag auch meine Schwester schon. Und am Weinen, Schmerzen, sie hat geschrien und also es war schon schlimm, meine Schwester so da liegen zu sein. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir die hier runterkriegen. Vor Ort war alles relativ beengt. Schon auf dem Weg zur Stella hin, habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir die denn überhaupt aus der Situation rausbringen können oder retten können. Hallo, mein Name ist Axel Tratzig, bin Notarzt. Okay, gut. Ich schaue einmal kurz nach dir. Tut dir hinten da an der Halswirbelsäule was weh? Gar nicht. Und hier hinten? Das nicht. Im Moment sind nur die Schmerzen, die da unten sind. Gut. Es war klar, dass sie von so zwei Metern circa rücklings gestürzt ist von der Leiter, leider auf ihren Hasenkäfig drauf. Die Schmerzen Die Schmerzen